Hallo, ich bin Vanessa und begleite dich durch dieses Lernvideo. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Umkreismittelpunkt eines Dreiecks mit Streckensymmetralen konstruieren kannst. Was ist ein Umkreis? Der Umkreis eines Dreiecks ist ein Kreis, der alle Eckpunkte des Dreiecks enthält. Hier siehst du ein Dreieck und seinen Umkreis. Der Kreis läuft durch die Punkte A, B und C. Um den Umkreis mit dem Zirkel ziehen zu können, brauchen wir den Mittelpunkt des Kreises. Ich zeige dir nun, wie du die Streckensymmetrale nutzen kannst, um den Umkreismittelpunkt zu finden. Für die Konstruktion brauchst du mehrere Blätter glattes Papier, ein Geodreieck, einen Zirkel und einen spitzen Bleistift. Stoppe das Video und hole alles, was du brauchst. Um mit dem Zirkel gut arbeiten zu können, lege wieder mehrere Blätter Papier übereinander. Zeichne mit dem Geodreieck in der Mitte ein spitzwinkeliges Dreieck, das ungefähr so aussieht wie meines. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Beschrifte die Eckpunkte mit A, B, C und die Seiten entsprechend mit A, B, C. Um den Umkreismittelpunkt zu finden, konstruierst du für jede Seite des Dreiecks die Streckensymmetrale. Ich zeige es dir für die Seite A vor. Ich steche mit dem Zirkel bei Punkt B ein und öffne den Zirkel weit genug. Dann ziehe ich einen Kreisbogen. Nun lasse ich die Zirkeleinstellung unverändert. Ich steche bei Punkt C ein und ziehe einen Kreisbogen. Die Verbindungsgerade der beiden Schnittpunkte der Kreisbögen ist die Streckensymmetrale S, B, C der Seite A. Lege beim Verbinden der Punkte die Mittellinie auf die Seite A, um den rechten Winkel genau einzuzeichnen. Stoppe nun das Video und konstruiere die Streckensymmetrale der Seite A. Vergleiche mit meiner Zeichnung und setze das Video fort. Konstruiere nun die Streckensymmetrale der Seite B und die Streckensymmetrale der Seite C. Sei konzentriert und achte darauf, die Kreisbögen nicht zu verwechseln. Ich empfehle dir, für die drei Streckensymmetralen unterschiedliche Zirkeleinstellungen zu verwenden. So kannst du die Kreisbögen der passenden Seite zuordnen. Stoppe nun das Video und führe die Konstruktion aus. Wenn du fertig bist, klicke auf Play und vergleiche mit meiner Zeichnung. Wie beneficial ist der Video und sie wichtig sind. Wenn du dich spirituell bist, klicke auf dieatoire. Redet dich oder dieraisfördernde sind. Es ist wichtig. Durch die drei Stlingen und siebenlagenirasale der Seite B. Streisen versuchst du mehr. Du kennst deinen Blick auf den Toppen aus. Es geht in meinemぶfwagen. Jetzt versuchst du三ivarsam! Du denkst du die Strecke in den duちゃんbangern? Strecken-Symmetralen passiert? Richtig, sie schneiden einander in einem Punkt. Dieser Punkt ist der Umkreismittelpunkt des Dreiecks ABC. Beschrifte den Schnittpunkt mit U. Nun kannst du den Umkreis ziehen. Stich in den Punkt U ein und öffne den Zirkel mit dem Verstellrad bis zum Punkt A. Kontrolliere, ob du mit der Miene die Punkte B und C genau triffst. Wenn ja, ziehe einen Kreis. Liegen die drei Eckpunkte auf diesem Kreis? Spitze, toll gemacht! Vielleicht hast du erkannt, dass es nicht notwendig ist, alle drei Strecken-Symmetralen zu konstruieren. Es reicht, zwei zu zeichnen, denn diese liefern schon den Umkreismittelpunkt U. Mit der dritten Strecken-Symmetrale kannst du deine Zeichnung aber auf Genauigkeit prüfen. Ich habe nun eine Aufgabe für dich. Zeichne ein stumpfwinkeliges Dreieck, ungefähr so wie meines, mittig auf das Blatt. Du brauchst rundherum genügend Platz. Konstruiere den Umkreismittelpunkt sowie den Umkreis dieses Dreiecks. Denk an die Beschriftung. Stoppe nun das Video. Wenn du fertig bist, klicke auf Play und vergleiche mit meiner Zeichnung. Verheibung des Dreieckskommensbettszuschrittenheures. Verheibung des Dreieckskommensbettsschrittenheuren 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 Dreieck hoch- und schrittenheuren Dreieck. Wir sehen uns, in der Einschermestretung aufbrechen. Wir haben diese Baue-Buskommensbettsschritte, die in den Gemeinden und in den Frank-Symmchern, die in drei Kratzer-Buskommensbettsschrittenheuren, den Handelschrittenheuren Kleinen-D punching, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.